Ja, das ist tatsächlich Mecklenburg-Vorpommern. Schnee treiben in Ueckermünde. Auch der Strand im Weißen Kleid, der Winterdienst ist bereit und kann sofort loslegen. Hoffentlich haben sie die Winterreifen schon drauf. Auch Fahrradfahren dürfte schwieriger und gefährlicher werden. Die ersten Schneeflöckchen fielen übrigens in den frühen Morgenstunden bei Temperaturen von bis zu minus 5 Grad. Ist es vermessen, jetzt schon auf eine weiße Weihnacht zu hoffen?